So, erstmal gucken, ob wir hier... Hm, 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 nee. Dann machen wir jetzt aber mal hier, ne? So, so ist am besten. So, und nochmal ein aufs Maul, und nochmal ein aufs Maul. So, komm, da ist jetzt... Ey, ich bitte dich. Komm, Special Attack. Komm, Special Attack, bam, ein aufs Maul. Ja, schade, ne? Ihr seid alle wirklich großartige Krieger. Obwohl ihr keine Wikinger seid, habt ihr das Turnier gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, da habt ihr eure Belohnung. Gebt mir, gebt mir, das Buch von Boreas. Oh. Alter, nein, ich check dat. Das ist nicht das Fragment, wir kriegen das Buch. Alter, wir sind daran schuld, dass der Kontinent untergeht. Nein. Noch ein Buch von Boreas? Was hat das zu bedeuten? Das ist ein einzigartiges Artefakt, von dem es nur ein Exemplar geben kann. Und doch ist es möglich. Wenn es sich dabei tatsächlich um das Buch handelt, das Fräulein Velvet in der geisterlichen Bibliothek entdeckt hat, muss es eine Version davon... Was? Muss es eine Version davon in jedem Zeitalter geben. Euer Exemplar ist das aus der Zukunft. Doch tatsächlich sind die beiden ein und dasselbe Buch. Für Skoliath? Ich bin schwer beeindruckt. Ich bin überzeugt, dass ihr eurem Volk ein großartiger König gewesen wärt. Hätten die Dämonen den großen Krieg gewonnen? Ja, stochle noch ein bisschen rum in der Wunde, du dummes... Aber was bringt ein weiteres Exemplar des selben Buches? Wir brauchen das Fragment des Eises, des Magik-Schlüssels. Und Ceres meinte, wir würden es hier finden. Hm, ich weiß nicht, wo das Fragment ist. Aber dieses Buch müssen wir zur Anarchivalage zurückbringen. Koste es, was es wolle. Aber warum? Ich hätte es so gern mein eigenes Eisbuch. Ich hätte es vor allen Dingen. Wenn wir es nicht zu ihm zurückbringen, ändern wir quasi den Lauf der Geschichte. Wie, die ganze Zeit jetzt auch schon? Ich werde weder das Buch in der Bibliothek finden, noch die Magikrunden auf den verfluchten Inseln besuchen. Also werden wir uns niemals kennenlernen. Die Folgen sind unabsehbar. Sie hat recht, Fräulein Fiena. Ein solches Risiko dürfen wir nicht eingehen. Ich will auch nicht, dass sie verschwindet, Velvet. Ich glaube, wir sind Lark im Wikingerdorf begegnet. Lasst uns zu ihm gehen und ihm das Buch geben. Danach setzen wir unsere Suche nach dem Fragment des Eises fort. Ein bisschen... was? Was diese Fremdlinge sagen, gibt absolut keinen Sinn. Ich habe kein Wort von dem verstanden, was ihr gesagt habt. Ihr wisst gar nichts, John Snee. Ach, scheiße, ich feiere das. Nemesis, ich fürchte, wir haben den Lauf der Geschichte bereits zu sehr beeinflusst. Nein. Aber das ist vermutlich nichts im Vergleich zu dem, was passieren wird, wenn wir den Magikschlüssel benutzen. Mir ist noch nie ein Mensch, wie Velvet begegnet. Sie scheint nicht zwischen Menschen und Dämonen zu unterscheiden. Sie findet beide untersuchenswert. Außenstehende erwähnen merkwürdige Dinge. Ja, du weißt nichts, John Snee. Okay, wo ist denn jetzt der Archivar? Was? Am Beginn der Zeit, bla bla bla, Magikschuf, aha. Ja, toll. Und wo ist jetzt dieser Archivar? Oder dieser, ähm... Na, ihr wisst schon, wen ich meine, ne? Nein, es tut mir leid, es tut mir leid. Aha. Super, ja, ja, danke. Tschü, was? Was? Warte mal. Warte mal, müssen wir zu denen? Aber ich bin euch zu Dank verpflichtet. Eure wegen verliegenden wir ein bestimmtes Leben. Beschlossen wir euch zu erkunden, bla bla bla. Zurück zu kehren, dies ist mein Lebensmark. Müssen wir ihm jetzt das Buch geben? Hier, wir möchten euch dieses Buch anvertrauen. Es handelt sich um einen sehr wertvollen Folianten aus dem Zeitalter der Magik. Ihr müsst es unbedingt unversehrt der Kaiserlichen Bibliothek überbringen. Ein Buch aus dem Zeitalter der Magik? Was für ein außergewöhnlich seltener Fund. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Oh, warte, da ist etwas. Ich bin in der Eiszöle über dieses seltsame Stein gestolpert. Eurem Buch kann ja gewiss nicht das Wasser reichen, aber das ist alles, was ich euch im Gegenzug geben kann. Na? Das Fragment des Eises. Ich bitte nochmal zum Entschuldigung, dass ich nichts Besseres im Tausch gegen das Buch zu bieten habe. Ich glaube, das dürfte mehr als genug sein. Nun, dann werde ich wieder in die Welt hinausziehen. Viel Glück euch allen. Danke. Tschüss, wir gehen jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Mäh. Mäh. So, jetzt haben wir wie viele? Drei? Ist das dein Ernst? Eins. Also eins, zwei, drei. Warum habe ich nicht sofort da geguckt? Okay. Da gibt es noch zwei, die wir kriegen könnten. Das eine ist im Nymphendorf, ne? Können wir? Jawohl, wir können. Ups. Hä? Alter, wie mies. Ähm, Hilfe? Hallo? Was soll ich jetzt hier? Ah, okay. Ja, ja, jetzt muss ich wieder hier rein? In die Eishöhle? Nee. Doch. Na klar. Sagst du denn nein? So, und dann wieder zurück? So, jetzt müsste Ceres kommen. Gut gemacht. Ihr habt das Fragment des Eises. In der Zukunft ist der erstarrte Kontinent so gut wie verschwunden. Ich hoffe, die Wikinger lernen zu schwimmen. Ich wäre nicht gern für ihr Verschwinden verantwortlich. Ihr vielleicht Nemesis? Falls ihr weitere Informationen zu den Fragmenten des Magisch-Schlüssels braucht, kommt recht zu mir. Alter, ey, dieser Tunnel, ne? Alter, 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 alter. So, jetzt Frage. Ich brauche, ich habe keine Frage. Hui. Ähm. Hui. So, da gibt es jetzt aber noch den einen finden wir im Nymphenwald, das weiß ich. Und der andere? Ja, muss ich leider, sorry. So leid es mir tut. Vielleicht muss ich nochmal zu unserer guten Freundin Ceres. Unsere Auftraggeberin. So. Nemesis. Ihr wüsstet gerne mehr. Über die Fragmente des Magisch-Schlüssels. Es gibt nur noch zwei. Die Natur? Fern im Südwesten liegt eine Insel. Auf dieser Insel gibt es einen zeitlosen Wald. Und tief im inneren Wald dieses Waldes werdet ihr das Segment der Natur finden. Die Dämonen bewandern... Moment mal, ich war schon im Nymphenwald, hä? In ihrem heiligen Tempel? Hinter Schloss und Riegel auf. Doch sein Aufbauungsort ging verloren, als Dämonen im Großen Krieg zerstört wurde. Okay, pass auf. Im Südwesten liegt eine Insel. Gut. Wir gehen jetzt erstmal zur Insel. Ja? Im Südwesten, ja? Neun aus dem Südwesten, also da unten irgendwo. So. Ich wollte schon fliegen. So, viel ist nicht mehr, Leute. Viel ist nicht mehr. Durchhalten! Fern im Südwesten. In... Hallo? Warum kann ich hier nicht landen? Hier? Das ist doch keine Insel. Doch, hier ist eine Insel. Das... Hä? Das ist doch der Wald, der Nymphenwald. Bin ich doof? Oh Mann, an diese Zeitverschiebung werde ich mich nie gewöhnen. Und dann dieses verkrümmte Deutsch auch nicht gewöhnen, ich mich. Ja, ja, ja. So, dann schau. Ich wollte schon sagen, im Nymphenwald haben wir doch gar nicht angefangen, richtig. Haben wir mal... Doch, wir haben angefangen, aber dann sind wir dann auch wieder weggegangen. Weil ich das nicht mochte. Aus Gründen. Ach ja, wegen dieser ganzen... Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß nicht, ob ich das will. Nee. So, okay. Warte mal. Ähm, nee. Ja gut, okay. Das ist dann wiederum die Variante. Gibt's jetzt auch nicht viel besser, ne? Und wenn ich jetzt auch zweifach mache... Wir haben doch Mana, ne? Kann man sich auch dreimal aufladen? Ich wüsste gerne, woher das kommt. Hm. Aha. Er spuckt also Feuer. Nee, pass mal auf. Ich möchte nochmal kurz wissen. Nein. Ich weiß, jetzt bin ich wieder draußen. Warte mal. Pass auf, wir gehen hier einfach mal lang. Warum kann ich eigentlich hier rüber? Hä, was soll das denn? Hä? Okay. So. Aber. Was kann ich denn damit machen, wenn ich da nicht... Äh, warte mal. Gucken, gucken, gucken. Gucken, gucken, gucken. Wir probieren mal erstmal, ja? Obwohl ich natürlich null Ahnung habe, was ich hier mache. Ah, okay. Da ist noch ein Baum. Ja gut, aber so wirklich, okay. Das ist Wasser. Ja, was sollen wir hier machen? Wirklich schlau werde ich hier draus nicht. Warte mal. Wenn das dann jemand einfrieren kann. Hier? Kann man nur einfrieren, oder? Nee. Schade. Kann ich die hier einfrieren? Ah, den Baum? Nicht. Nein. Ich check das nicht. Ich kriege aber nur die beiden Versionen, ja? Okay. Nee, du. Kurz was gucken. Okay, die Baumstämme sind hier sowieso nicht. Und hier nach oben komme ich auch nicht. Ich check das hier nicht. Okay, dann versuchen wir es mal mit den Dämonenruinen. Deswegen bin ich ja letztes Mal hier abgehauen, weil ich das irgendwie nicht gecheckt habe. Ich frage mich, ob man mich, ob man langsam, ob ich jetzt wieder mit Mana die Leute upgraden kann. Aber jetzt mal ganz im Ernst, das kann ja auch nicht Sinn und Zweck sein, dass man sich jetzt damit erst upgraden muss. Das wäre ja richtig mies. Aber mir geht's momentan nicht gut. Ich weiß nicht warum. So, die Ruinen, ja? Wir müssen zu den Ruinen. Ne, wir müssen auch hier hin. Hier war doch auch noch was, ne? Stimmt, hier war doch was. Hier. Ja, landen. Landen. Dankeschön. Ruinen von Dämonia. Hinter den Ruinen. Ja, was soll ich? Ja. Okay, ich komme hier nicht hinter den Ruinen, richtig? Denn als Menschen, blablabla, blablabla, ja, bist sehr depressiv, genau. Kann ich irgendwie hinter den Ruinen landen? Dann muss ich da irgendwie... Oder war das... Das war doch nicht hier. Nie im Leben. Warum sollte das hier sein? Hier kann man nichts machen, null. So, und was ist hier? Lass mich mal hier durch. Wird das alles wieder... Ruinen der Magen. Hm. So. Ach, ne. Hier wollten wir sowieso hin. Stimmt. Ähm. So, die Klippe, da wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr hin. Ich bin noch am suchen, wie gesagt, ne. Also, ähm... Nicht verzagen, weiterfragen. Boah, ich bin... Boah, fast drei Stunden auf. Büfe. Ja, landen. Der Spukwald? Ich glaube nicht, der Spukwald. Ich muss, glaube ich, in eine andere Epoche. Also. So, das ist ja.